so blablabla und so weiter heute mal kurz eine nachricht von navrenli navka und genau es geht glaube ich um die frage ob man sehr früh miteinander urlaub machen sollte hallo ich habe eine frage ich dankbar wäre wenn sie mir antwortet habt in der vergangenheit viele toxische beziehungen da 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 toxisch narzisstisch abgebrochen reißleine nochmals verstärkt an mir gearbeitet alle kontakt zu toxischen personen beendet kurs gemacht videos bücher spotify youtube und so weiter und so weiter versuche täglich selbstliebe zu praktizieren nun zur eigentlichen frage vor mehreren jahren lernte ich auf dem festival an die person kennen kann ja schon aufhören falls es jetzt kommt ich habe glaube ich nur eben kurz reingeguckt datet keine leute zur vergangenheit wenn ihr euch verändert und in der vergangenheit immer thema hat mit toxischen beziehungen wie wahrscheinlich ist das wohl dass jemand in der vergangenheit gut fand dass das jetzt gut ausgeht also weil manchmal geht es vielleicht gut aus aber habe ich kann mich jetzt nicht erinnern davon schon mal gelesen zu haben mal lernt lieber neue leute kennen so aber gut also lernte ich auf einem festival eine person kennen ich sprach ihn damals an weil man kumpel zugeretten wollte ja okay wir kamen ins gespräch tauschen kontakte aus und irgendwann war er von anfang an super interessiert von mir er ist eigentlich jordan ja mal wieder lebt aber in sri lanka okay meinte aber dass er alle paar jahre mal nach europa raus wir waren immer wieder im kontakt also das ist schon wieder alles so konfus ich leute macht euch nicht so schwer macht euch nicht so schwer einfach jemand daten wie sagen die immer im englischen ready able willing sozusagen also beziehung muss technisch gehen bereitschaft muss dazu da sein timing muss stimmen warum jetzt unbedingt jemand der in sri lanka im peru in jordanien und was soll das bringen da muss man sich wieder fragen habe ich vielleicht selber ein thema mit bindungsangst nicht unbedingt so eine person daten will so wir waren immer wieder im kontakt bis ich aufgrund meiner bindungsangst ich wusste nämlich dass er wieder nach europa reisen wollte den kontakt löscht er sind wir ja schon da sind wahrscheinlich auf dem weg vor kurzem füge ich ihn erneut dazu wir kamen ins gespräch und zu beginn meint er dass dann fest zurück nach europa ziehen wir zu den ersten nachrichten meinte er dass er bald hier herum reisen wird ja das hört sich so richtig an nach sichere beziehungen da muss man auch mal in sich gehen könnte ja auch mal diesen neuen kurs passiv verbindungsangst will ich überhaupt eine beziehung vielleicht will mir gar keine und denkt das immer nur das hört sich mich indirekt nach einer einladung an naja hatte ich aber nicht eingeladen bisher also denkt da nix fantasie da nicht wieder was rein das macht man immer gerne dass man so im amerikanischen raum reden ja auch immer gern so von fantasie sucht weil in toxischen beziehungen heißt nicht dass da bisher irgendwas toxisch ist aber herrscht immer fantasie aber keine realität kann man sich wieder so fantasien ausmalen wie man gemeinsam die welt bereist und ein instagram kanal aufbaut und davon lebt und ich schweife ab ich ignorierte es immer wieder auch seine frage für nicht zusammen wieder auf ein konzert gehen wollen ignorierte ihn mehr oder weniger auch das ist auch nicht so schön für ihn also entweder du dätest ihn oder sagst ihnen so ich habe kein interesse aber jetzt bist du auch so ein bisschen diesem hängen lässt er ließ mich dann auch in ruhe und fragte nicht weiter jemals dachte ich irgendwann mal mensch was hat dieser mann die eigentlich getan es war schon immer sehr nett zu dir und du hast auch schon immer davon geträumt mit einem mann ins warme zu verreisen sagt doch nicht zu allem nein jedenfalls sagte ich dann noch mehr oder wen jetzt sowohl für das konzert als auch für die europareise zu wusste gar nicht das habe ich jetzt noch gar nicht richtig geschnallt dass das hier so in frage stand ok und es steht sogar im raum dass er mich bei mir zu hause ein paar tage besucht vielleicht weiß ich mal darauf hin du kennst diesen mann nicht nur mal so du kennst sie nicht aber ich bin jetzt auch nicht so ein experte für sicherheit beim dating für frauen vielleicht können die anderen was drunter schreiben ja die mädels die das hören da seid ihr bestimmt mehr am thema aber ich kann auch immer schon mal sagen du kennst sie nicht du kennst sie nicht du kennst sie nicht vielleicht sollte man erst mal ein paar normale dates machen so gut konzert wieder schon dazugehörten auf jeden fall unser kontakt wird sich bisher gar nicht toxisch stand das ist ja was ich gerade kennen lernt sonst wäre es ja einfach erst wirklich süß macht mir immer mal wieder niedliche und nicht so oft die komplimente ja bisher kein richtiges date gehabt mein ehemann hast du ihn offline kennengelernt das lasse ich gelten alles andere ist online weil offensichtlich sei bisher nicht in deutschland oder ich habe etwas falsch gelesen und die zählen nicht so wie das zählt einfach nicht zählen nur reale dates meldet sich bemüht ist der erste der super lange nachrichten schreibt ja das ist ja wenn du ich vermute mal dass meine datingkurse nicht gemacht hast wenn du jetzt wenn ihr meine datingkurse gemacht habt wüsst ihr dass ich das nicht für ein sinnvolles verhalten von männern halte so oder sagen wir menschen nicht menschen in der männlichen polarität so mal gendergerecht zu sagen und das hört sich jetzt nicht so an als wenn du in der männlichen polarität und ich einen fortschritt merke er will auch telefonieren haben wir bereits video chatten wollen die tage machen und hatten schon ein paar mal gute nacht gewünscht das alles null und nicht sich nice aber das alles nur die verpackung was zählen nur reale dates und irgendwann hat man aus den nachrichten raus dass er grundsätzlich auch interesse an was ernsten hat ja da kann man sich so täuschen also wenn er das nicht direkt gesagt hat kannst du von gar nichts ausgehen außerdem kennt er dich auch nicht hat gefragt ob ich single bin hat gesagt dass er selber single ist okay gut aber das kannst du verstehen was du meinst das klar das wird für mich halt die meisten so verstehen so wacht ja in einer beziehung seit vier monaten single und sicher auch keine beziehung haben möchte weil er doch nun nach europa auswandert das land das wir in europa verreisen möchten ist übrigens seine ursprüngliche heimat jetzt kommen noch ein land dazu okay das bedeutet mir irgendwie auch total viel nur meine frage an dich ist es okay mit jemand dem man erst mal auf einem festival gesehen hat solche reisepläne zu machen du das ist ein absoluter völlig durchgeknallte abenteuerspielplatz hier und du kannst du natürlich nutzen als völlig durchgeknallten aber spielzeug abenteuerspielplatz also kann ich was soll ich dazu sagen also es haben schon viele menschen gemacht ich habe sowas auch schon gemacht meine erfahrung damit es sowas eigentlich eher nicht gut geht also nicht dass irgendwas tolles passiert sondern dass man einfach feststellt es ist doch alles total nervig und dann hängt man zusammen auf dem einsterne campingplatz irgendwie in süd portugal schönen dank hätte ich keinen bock drauf aber ich würde also ich würde ja raten jemand erstmal ganz regular zu daten drei monate so und dann kann man immer noch verreisen und sicherlich ist verreisen in der frühen kennenlernen phase eine geile sache wenn es läuft ist bestimmt total cool aber da sollte man sich erst mal kennenlernen das hört sich auch schon wieder so an nach viel fantasie tätigkeit so und die ist halt immer problematisch und dazu war da könnt ihr gerne ihr frauen mal kommentieren gibt es natürlich auch so sicherheitsaspekte sage ich mal die sollte man vielleicht auch mal bedenken du kennst den ich ich würde es glaube ich nicht machen aber es ist dein leben ich habe angst dass ich mir wieder zu viel hoffnung mache ja das höre ich raus aber mein gott ich meine jemanden kennenlernen ist natürlich ich bin da immer ein bisschen streng ist natürlich immer mit ein bisschen fantasie und projektion verbunden das ist auch okay so ne aber es ist halt risiko das ist jetzt die frage wie viel risiko willst du jetzt staatsanleihen kaufen oder irgendeinen weiß ich nicht einen skilankinischen bitcoin oder so ist auch ein stück deine entscheidung was du mit dem in deinem leben machst aber kannst ja mal die kommentare gucken und er dann nach dem sommer einfach tschüss sagt aber wir haben ja nicht nur einen plan sondern sogar drei ja es zählt aber alles nicht weil ich noch nicht kennengelernt habe ist es fast forwarding ja bis fast forwarding aber fast forwarding ist natürlich ist auch nicht so der härteste faktor aber ist es oder kann man das in diesem fall nicht sagen erscheint mit der beziehung ja also fast forwarding heißt ja nicht dass man das bewusst jemanden in das licht führen will das ist hier sicherlich nicht der fall erscheint mit der beziehung echt abgeschlossen zu haben müssen zum erstmal irgendwie emotional zugänglich habe halt nur angst dass wir beide in eine fantasiewelt abdriften ja also fast denke ich die gleichen sachen schon auf dem schirm die ich es auch angesprochen habe und dann die enttäuschung kommt außerdem ist auch zu der zeit wo er noch in einer beziehung war kontakt zu mir gesucht ich trete euch und wolle sogar damals mit mir treffen okay ich nehme alles zurück ich würde nicht treffen das habe ich beim ersten durchgucken gar nicht gesehen aber ansonsten stimmt das passt natürlich alles was ich gesagt habe aber viel spaß damit dann weißt du ja schon wie es mit euch auseinander gehen wird just saying aber ich bin auch weiß ich bin einfach für diesen ganzen mails die ich kriege und was ich auch persönlich erlebt habe ich kann die welt nicht mehr ernst nehmen also ich dürfte auch nicht fragen weil sowas ich habe da ich dachte nicht das geht schon gut und erst jetzt anders und er schreibt sich bestimmt während ihr zusammen sei schreibt dass ich bestimmt nicht mit einer anderen frauen wir sie treffen ich glaube so was nicht mehr so ich glaube es nicht mehr wenn er mich sowas fragt kriegt ja auch entsprechende antwort ich würde es nicht machen nur ich denken außer vielleicht für aber das kann man dir als mit einer beziehungshistorie jetzt nicht empfehlen außer man sagt ja gott es ist was für was nicht für mallorca wochen ein bisschen spaß haben aber selbst das ist ja schon riskant genug aber ansonsten wer bei mir an der stelle ich bin auch krass ich weiß dass sie nicht alle so krass ich werde krass und wird sagen sorry habe ich keinen bock mehr drauf nicht zu alt für und weiß nicht wie man was dann gehe ich lieber snowboarden fünf wochen als wieder so irgendwelche komischen beziehungssituationen zu kommen würde ich mir sagen aber echt aber jetzt up to you ja letzten endes ist sowieso was ich immer also mich fragen immer viele nach ratschlägen letztlich finde ich aber auch gut machen die menschen was sie wollen und denken dann vielleicht hinter mir über meine ratschläge nach aber so soll es ja auch sein also wenn man kann sowieso niemand davon abbringen dass er das ratten liebesding dass er das macht was auch immer so außerdem das gefällt mir nicht so echt so voll cool aber ich habe natürlich keine details über letzte beziehung gut in diesem sinne video gemacht wir sehen uns bald wieder tschau ihr lieben